Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Mein Name ist Björn und heute geht es um das Thema Air-EQ, also Luft-Equalizer. Mit Luft oder Luftigkeit assoziieren wir ja gerne mal einen lauen Sommerwind, der unseren Spuren oder unserem Mix ein bisschen Leben in den besonders hohen Frequenzen einhaucht. Nicht selten entdecken wir die Möglichkeit, Frequenzen jenseits der 20 kHz in den verschiedenen Plugins einzustellen. Fakt ist, das menschliche Gehör kann nach der Geburt Frequenzen bis 20 kHz wahrnehmen und umso älter wir werden, umso weniger hohe Frequenzen können wir wahrnehmen. So reicht das Frequenzspektrum eines durchschnittlichen 50-Jährigen nur noch ungefähr bis 13 kHz. Warum sollten wir also Frequenzen in einem Equalizer bei 40 kHz ansetzen? In diesem Video zeige ich dir, was es mit den Airbands, mit den Airband Equalizern auf sich hat und wie auch du sie gewinnbringend in deinen Produktionen einsetzen kannst. Wenn du dich dafür interessierst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Los geht's! Da sind wir aber schon bei mir in der Studio One Session und ich würde sagen, wir starten mal damit, dass ich euch den wohl bekanntesten Vertreter der Airband Equalizer mal einmal zeige. Und zwar ist das zweifellos der Mark EQ4 hier in einer Version von Plugin Alliance. Und wir sehen hier auf der rechten Seite ist es das Airband mit den wählbaren Frequenzen bis 40 kHz. Hier neben der Gain-Schalter, wo wir damit dann eben das Band anheben können. Gibt es auch eine kostenlose Alternative? Selbstverständlich. Und ihr werdet euch schon freuen auf das, was ich euch hier zeige. Es ist nämlich der allseits beliebte, unbekannte TDR Nova. Ja, der kann irgendwie wirklich alles. Und wenn ich hier mal ein Frequenzband erstelle und ganz nach rechts drehe, dann sieht man schon, bis 40 kHz kann ich das Ganze hier auswählen. Jetzt bleibt aber immer noch die Frage, warum sollte ich denn beim Equalizer 40 kHz anheben, also da was reindrehen, wenn es doch eh niemand hören kann. Die wahre Kraft und somit auch das beste Einsatzgebiet für solche Airbands entsteht dadurch, dass sie eine ganz, ganz weiche, superbreite Flankensteilheit haben. Und weil man das am besten nicht erzählt, sondern zeigt, gehen wir mal hier zum TDR Nova rüber. Ich habe hier 40 kHz eingestellt und drehe jetzt einfach mal ein paar dB hier rein. Und ich habe die Flankensteilheit, hier in dem Fall den Q-Faktor, schon super, super niedrig eingestellt. Und ja, es ist tatsächlich richtig, dass ich mich hier für einen Glocken, also für einen Bell-Filter entschieden habe und nicht für, wie man es vermuten würde, für einen High-Shelf, also Kuh-Schwanz-Filter. Der Hintergrund ist der, so funktioniert eben auch das Airband, so in etwa bei den verschiedenen Herstellern und den verschiedenen Geräten, die so am Markt erhältlich sind. Der Bell-Filter, also die Glocke, kann noch viel, viel weicher, also viel, viel weit ausladender sein als der High-Shelf. Also sehen wir schon, dass selbst wenn ich jetzt hier 40 Kilo als Grenzfrequenz annehme, dass aufgrund dieser weichen Flankensteilheit wir bereits Frequenzen ab 2, 3 KHz hier schon beeinflussen. Das heißt also, wenn wir einen Airband-Equalizer einsetzen und dort 40 Kilohertz oder 30, 20, was auch immer, eingeben, dann bedeutet das nicht, dass das Quatsch ist, weil wir die Frequenzen nicht hören, sondern es kommt eben auf die Flankensteilheit und auf die Breite des Q-Faktors in dem Fall an. Und für welche Szenarien lässt sich sowas gut einsetzen, stellt ihr euch natürlich die Frage und ich habe euch mal zwei Anwendungsbeispiele hier mitgebracht. Einmal einen Drumloop, der an sich super klingt, aber eben sehr, sehr wenig Brillanz, sehr, sehr wenig Präsenz hat. Und ich würde sagen, wir hören uns den einfach mal an. Jetzt habe ich hier ein paar Mal zu aufgeklickt. Ich würde sagen, wir hören uns den einfach mal an. Ich mache den Mark EQ4 an und drehe einfach mal hier unten den Gain-Regler vom Airband einfach mal ein bisschen hoch und schaue mal, was dann passiert. Der gewünschte Effekt tritt auf jeden Fall sofort ein. Alles hat irgendwie ein bisschen mehr Fokus, ein bisschen mehr Präsenz. Das Schlagzeug rückt auch näher zum Hörer, aber trotzdem wird es eben nicht harsch und die Becken fangen nicht, oder die Hi-Hat fängt auch nicht direkt an zu nerven. Jetzt sollen wir mal schauen, was unser selbstgebauter Airband Equalizer, unser TDR Nova da so anstellt. Und auch da würde ich sagen, drücke ich einfach mal auf Play, habe hier noch nichts reingedreht und dann mache ich das quasi während der Loop läuft. Ähnlicher Effekt und natürlich der TDR Nova kann ja alles, deswegen natürlich auch der Airband-Trick mit ihm wirklich. Ich habe euch noch ein zweites Hörbalschirm mitgebracht. Auch das ist aus der Studio One Loop Library. Ich habe es jetzt hier Mix-Intro genannt und ich würde sagen, auch da hören wir einfach mal rein und während ich abspiele, nehme ich mal hier unseren Mark EQ4 und drehe da auch mal wieder beim Airband ein bisschen was rein. Der Loop an sich klingt auch ganz nett, vielleicht für den elektronischen Bereich eine ganz gute Geschichte. Aber auch da fehlt mir einfach so ein bisschen der Schimmer, so ein bisschen der Glanz. Wir haben nicht viele Instrumente im Höhenbereich, werdet ihr gleich hören. Und trotzdem bekommt das ganze Signal, der ganze Mix in dem Fall, einfach eine gewisse Präsenz und einen gewissen Schimmer obendrauf. Aber das hört ihr euch am besten selber an. Vor allem beim Klavier merkt man es, der Anschlag, also die Transienten. Man hört da eben so ein kleines bisschen Hall hinter den Anschlägen, auch im Hulnbereich. Wunderschön, auf jeden Fall ein toller Effekt. Und auch hier natürlich nehmen wir den TDR Nova wieder zur Hand und da versuchen wir einmal das Gleiche, ob wir das damit auch hinbekommen. Wie immer ist es, ist der TDR Nova eine Alternative für fast jedes Anwendungsszenario. Und auch hier, finde ich, hat man es sehr, sehr gut, auch wenn natürlich viel subtiler als beim Drumloop hören können, was man mit so einem Airband Equalizer, also eben mit einem EQ, der eine sehr, sehr hohe Grenzfrequenz hat, aber eben eine ganz, ganz breite, ganz weiche Flankensteilheit hat, was man damit so alles anstellen kann und sogar, dass wir Menschen das hören und nicht nur die Hunde. Das war es auch schon wieder mit dem Quick-Tipp hier am Montag im Recording-Blog und ich hoffe, ihr könnt die frische Luft dann bald für eure Tracks und für eure Produktion auch nutzen. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch, die allerdings diesmal nichts mit dem Video zu tun hat, nämlich, wie viele Plug-Ins und vielleicht auch so grob, welche oder welche Art Plug-Ins benutzt ihr in eurer Vocal-Shane? Ehrlichkeit ist da auf jeden Fall gefragt. Schreibt es unten in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Video hier im Recording-Blog. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut, ciao!